Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute Morgen mit einer intensiven Aussprache begonnen. Ich habe es gestern schon angekündigt, im Präsidium der Partei von 10 bis 12, seit 12 im Parteivorschlag. Der Parteivorschlag läuft auch noch, deshalb ist Frank-Walter Steinmeier auch noch dort. Wir werden heute um 19 Uhr noch eine Zusammenkunft der Landes- und Bezirksvorsitzenden haben. Und wir haben uns vorgenommen, heute Morgen gleich zu Beginn, dass wir diesen Tag nutzen, um eine intensive Debatte zu führen. Über natürlich die Ursachen der desaströsen Ergebnisse von gestern bei uns bei der Bundestagswahl. Aber auch über die Aufgaben, die dann vor uns sind und über die Frage, wie man die Erneuerung, den Wiederaufstieg organisieren kann, wie das denn eigentlich geht. Die Debatte dazu ist sehr intensiv gewesen, was schätzungsweise 40 Mordmeldungen bisher, Präsidium alle und jetzt auch ganz viele. Und das geht auch weiter damit. Aber das ist auch gut so. Und das soll nicht die einzige Debatte sein heute, sondern wir werden uns in der nächsten Woche dann wieder treffen, im Präsidium mit den Ministerpräsidenten und den Ministern mit dazu. Und wir werden dann in den nächsten 10 bis 14 Tagen darauf achten, dass wir diese Debatte so abschließen, dass wir eine vernünftige Vorbereitung für den Parteitag hinbekommen, der Mitte November ist. Also in dieser und in der nächsten Woche eine intensive Beratung über die Inhalte, über die Parteiorganisationsfragen, über Personalfragen und dann die Vorbereitung hin auf den Bundesparteitag, der Mitte November stattfindet. Bei den Inhalten haben wir natürlich gesprochen über die Frage, was sind die schwierigen Themen gewesen für uns in den vergangenen Jahren, auch in diesem Wahlkampf. Kann man bestimmte Dinge festmachen? Ist es die Frage der sozialen Gerechtigkeit, die sich festmacht an Arbeitslosengeld oder an Rente 67? Oder sind es auch andere Dinge, die eine Rolle spielen, wie die Frage, was kann man dafür tun, damit in Sachen Bildung Bund, Länder und Gemeinden intensiver zusammenwirken? Was sind die Erwartungen der Menschen, die sie an uns als Politik, als SPD im Besonderen richten? Aber auch, was ist unsere Aufgabe, um auch dafür zu sorgen, dass der ökonomische Erfolg im Land auch da ist, dass wir eine erfolgreiche Wirtschaft haben, damit Ökonomie und Ökologie und Soziales da auch zusammenwirken. Da gibt es unterschiedliche Einschätzungen dazu, aber eine intensivste Debatte, jedenfalls ist da auch nochmal klar geworden in dieser Debatte, die Menschen wählen uns aus sehr unterschiedlichen Motiven. Wir einen haben mehr diese, die haben mehr eine andere Begründung für das Vertrauen, was sie in die SPD haben. Und an dieser Frage des Vertrauens, einer Frage der Glaubwürdigkeit hat sich die Diskussion am intensivsten festgemacht, nämlich was ist da eigentlich los? Haben wir es eigentlich hinbekommen in den Jahren unseres Regierens, in den ersten sieben, in den vier jetzt, den Menschen glaubwürdig deutlich zu machen, was sozialdemokratische Position ist? Waren wir da immer konsequent genug und waren wir auch bereit, auf die Einwände, die es da gegeben hat, einzugehen und uns dieser Diskussion zu stellen? Es gab rundherum Zuspruch zum Grundsatzprogramm, so wie wir es in Hamburg beschlossen haben, auch zum Regierungsprogramm, so wie wir es jetzt zur Bundestagswahl vorgelegt haben. Es war auch ausdrücklich einige Mal der Hinweis da auf das neue Jahrzehnt, auf diese Debatte, die wir Anfang des Jahres geführt haben, über den Gesellschaftsentwurf für die kommende Zeit, verbunden mit dem, was im Deutschlandplan von Frank-Walter Steinmeier in diesem Wahlkampf jetzt eine zentrale Rolle gespielt hat. Also das ist die Debatte um die Inhalte, wo liegen da die Schwerpunkte für die Zukunft und natürlich auch, wie gehen wir als Opposition, als die größte Opposition im Deutschen Bundestag, mit dieser Aufgabe um? Es ist klar, dass morgen, Peter Struck hat es noch einmal angekündigt, die Fraktion, die neue, die alte, tagen und dass bei der Gelegenheit auch der Fraktionsvorsitzende und der erste parlamentarische Geschäftsführer gewählt werden sollen, damit die SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag auch vorbereitet ist auf die einschlägigen Vorbereitungen zur Konstituierung des Deutschen Bundestages, damit wir da von Anfang an voll aktionsfähig sind. Und es ist auch klar geblieben und von allen begrüßt, dass Frank-Walter Steinmeier für diese Rolle, für diese Funktion als Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion und damit als Oppositionsführer zur Verfügung steht. Ich gehe davon aus, dass Thomas Oppermann der erste parlamentarische Geschäftsführer sein wird, morgen bei der Wahl in der SPD-Bundestagsfraktion, dann natürlich in der neuen Fraktion. Wir sind uns klar, dass wir auch da noch einmal eine intensive Debatte zu führen haben, ein Regierungsprogramm, so wie wir es aufgeschrieben haben, zur Wahl. Das ist noch etwas anderes als ein Arbeitsprogramm für eine Oppositionspartei, aber auch daran werden wir in den nächsten Tagen und Wochen noch einmal intensiv arbeiten, sodass wir rechtzeitig, wenn der Bundestag sich konstituiert, unser Arbeitspaket fertig haben, in der Fraktion, aber auch begleitet durch die Partei hier. Was Parteiorganisationen angeht, eine ausführliche Debatte über die Schlagkraft, über die Organisationskraft, Dank nochmal an die vielen Teams, die mitgemacht haben, bei den Jungen und bei den Alten, aber doch auch Hinweis darauf, dass wir dringend mit der Partei sprechen müssen über die Fragen von Meinungsbildung im politischen Raum, über die Frage von Vernetzheit und Verwobenheit der Partei mit den großen gesellschaftlichen Organisationen und Verbänden und natürlich über die Frage, was können wir dafür tun, dass die Partei in Wahlkämpfen noch schlagkräftiger wird, dass sie die Menschen noch genauer erreicht. Wir hatten alle miteinander den Eindruck, dass in den letzten wenigstens drei, vier Wochen die Versammlung voller, der Zuspruch stärker geworden ist, aber offensichtlich haben wir nicht die Grenze durchbrechen können über unsere eigene Anhängerschaft oder die schon festgelegte Wählerschaft hinaus in die anderen Gruppen hineinzukommen und deshalb auch das hohe Maß an Nichtwählern, wir haben ja in hohem Maße an die Nichtwählerschaft verloren, in einer Größenordnung von, die ersten Erhebungen sahen, 1,8 Millionen Menschen insgesamt, die uns in diese Richtung als Wählerinnen und Wähler verloren gegangen sind. Diese Frage der Parteiorganisation ist etwas, was sicher eine längere Strecke in Anspruch nehmen wird und deshalb auch da die Absicht vor dem Parteitag, das noch einmal zu konkretisieren und dann auf dem Parteitag dazu die nötigen Entscheidungen zu treffen und die Dinge nach vorne zu bringen. Was die Personalkonstellation angeht, natürlich, da ist auch darüber gesprochen worden, wer hat die Verantwortung für das, was jetzt stattgefunden hat und wer kann wie mithelfen, damit sich das neu aufstellt innerhalb der Parteispitze. Auch da wird es sehr bald Entscheidungen geben dazu. Ich habe deutlich gemacht, dass ich als Parteivorsitzender um meine Verantwortung weiß für diese Situation, in der wir jetzt als Partei sind. Dass ich es für völlig falsch hielte, wegzulaufen und zu sagen, ich nehme alles auf meine Schultern und dann gucke mir zu, wie das bewältigt bekommt. Sondern ich will mithelfen, dass wir in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, in geordneter Weise uns aufstellen für die dann kommende Zeit. Und da will ich mithelfen, meine Erfahrung dazu beisteuern, damit wir dieses in vernünftiger Weise machen können und will allen helfen, die da zur Verfügung stehen. Es hat zwei konkrete Aufforderungen gegeben, an mich das Amt niederzulegen oder zurückzutreten. Das war nicht so klar erkennbar, jedenfalls die Erwartung, dass ich das irgendwann tue. Ich habe aber darauf jetzt nicht reagiert, sondern wir hatten vereinbart, dass wir das im Verlauf dieser und der nächsten Woche miteinander diskutieren. Da werden gleich die Landes- und Bezirksvorsitzenden da sein. Es haben andere Kollegen sich nach draußen hingeäußert. Ich habe das gelesen, wir haben das auch schon in den Tickern nachvollziehen können. Das ist soweit alles in Ordnung, da habe ich kein Problem damit. Es bleibt dabei, dass wir uns versprochen haben, in die Hand nochmal, wir sorgen dafür, dass wir gemeinsam diese Neuaufstellung der SPD hinbekommen. Das ist eine kritische, eine ganz schwierige Situation, in der wir uns da befinden. Da sind wir uns dessen bewusst. Und da müssen jetzt alle standhalten und dafür sorgen, dass wir in geordneter Weise in diesen Prozess der Veränderung, der Erneuerung hineingehen. Es hat natürlich auch, kleine Anmerkung am Rande, viel Freude gegeben heute Morgen und Gratulation an Matthias Platzig über die Erfolge in Brandenburg. Ganz besonders darüber, dass er den Abstand zur linken Partei nochmal hat vergrößern können, dass die CDU abgenommen hat und dass die Nazis nicht mehr im brandenburgischen Landtag vertreten sind. Da haben sich ja über Nacht gewissermaßen die Zahlen nochmal deutlich und erfreulich aus unserer Sicht verändert. Wir haben ein Dankeschön gesagt an Ralf Stegner, der in Schleswig-Holstein kurz vor der Ziellinie dann doch nicht die Nase vorn gehabt hat, als es darauf ankam. Wir haben auch gesprochen über die besondere Regelung, die es da bei Überhangmandaten gibt. Das will ich aber von hier aus nicht im Detail versuchen zu beurteilen. Also, die Debatte geht weiter. Die Sozialdemokraten sind getroffen, aber nicht in den Knien und ich bin ganz sicher, wir werden auch die nötige Kraft haben und auch den Mut, das für die nächsten Tage wieder aufzubauen und rechtzeitig vor dem Parteitag Entscheidungen zu haben, die uns da nach vorne bringen. Wir wissen, dass wir gebraucht werden.